Ich werde dir zeigen, wie man das macht. Zuerst hältst du das Glas hoch und betrachtest den Wein gegen das Licht. Es geht um Farbe und Reinheit. Und jetzt halt die Nase rein. Da ist etwas Erdbeere. Und da, da, da ist noch so eine winzige Ahnung eines Edermass oder sowas. Und wann trinken wir ihn? Jetzt! Kaust du etwa Kaugummi? Ich? Nein. Spuck ihn aus. Ich möchte ihn aber aufmachen. Jack! Ich heirate am Samstag. Mein letzter Drink als freier Mann. Wir werden ein bisschen Golf spülen, was Gutes essen und dich stilvoll verabschieden. Das wird großartig. Meines, diese Mädchen wollen ein bisschen Spaß mit uns haben. Wenn sie Merlot trinken wollen, werden wir Merlot trinken. Nein, falls irgendeiner Merlot bestellt, werde ich gehen. Ich werde keinen Merlot trinken. Wie willst du denn hier rüber zu mir fahren? Ja! Wow, wow! Heute Abend feiern wir Miles' Buchveröffentlichung. Ein erfolgreicher Autor. Wie heißt es denn? Der Tag nach gestern. Oh. Du meinst heute? Ähm. Ja. Wieso hast du ihnen erzählt, dass mein Roman veröffentlicht wird? Du bist jetzt schon seit zwei Jahren offiziell depressiv. Wir wollen einfach mal Spaß haben, Miles. Weißt du noch, was Spaß ist? Wenn diese Frau feststellt, wie ich lebe, dass ich kein erfolgreicher Autor bin, dann wird jegliches Interesse, das sie an mir hat, ganz schnell verfliegen. Wieso bleibt ihr nicht übers Wochenende? Nein, wir müssen zur Hochzeitsprobe. Was denn für eine Hochzeitsprobe? All I can say is that my life is pretty plain. Du heiratest am Samstag! Gerade eben hätte ich dir irgendwas erzählen können, aber ich hab dir die Wahrheit gesagt. Ich habe die letzten drei Jahre damit verbracht, eine Beziehung zu überwinden, die eine einzige Lüge macht. Ich bin nicht Jack! Untertitelung des ZDF für funk, 2017